So, heute mache ich mal ein Review von den Webdesigner Insights und wenn du das Produkt erworben hast, dann bekommst du eine E-Mail und kannst dich dann über deine E-Mail anmelden. Alles klar? Und kommst dann hier auf diese Webseite WP-Erfolg und hier ist dann der Anmeldebereich. Hier kannst du, das ist die Startseite, hier bekommst du einen Überblick, wie das alles funktioniert und hier kannst du dann deine Daten einstellen, also du kannst dein Kennwort ändern entsprechend und gehen wir wieder hier auf die Hauptseite. Hier kannst du jetzt deine Kurse und die Kurse, die es sonst noch so gibt. Und hier siehst du jetzt der Website Insider, der ist freigeschaltet. Dann gehen wir da rein und hier hast du jetzt wieder ein Infovideo und hier kannst du jetzt zu den einzelnen Videos gehen und hier sind die Unis, die dir freigeschaltet werden und hier hast du Tipps für mehr Umsatz und so weiter. So, wenn du jetzt hier kannst du dich zum exklusiven Live-Call anmelden oder hier zum Beispiel Start mit deiner Zielgruppe und parallel dazu gibt es hier dann entsprechende Downloads, die du dir runterladen kannst. klickst einfach hier auf den Button und kannst du das dann hier oben runterladen. Gut. Hier kriegst du weitere Checklisten entsprechend. auch die kannst du dir dann hier, so sehen die aus, runterladen und bearbeiten. einmal als PDF oder halt als Word-Datei. Dann kannst du die für dich auch noch ergänzen und so weiter. hier sind dann immer die Erklärungen dabei. Das war die Checkliste. Hier hast du jetzt eine Bonus-Checkliste für WordPress. Auch das kannst du dir hier wieder runterladen. Dann hast du hier eine Liste mit kostenlosen Bilderquellen. Dann gibt es hier Empfehlungen für mehr Conversion. Da schauen wir da mal rein. Hier erklärt er den Welcher-Button entsprechend und hier gibt es dann verschiedene weitere Tools. Hier erhältst du dann Informationen, wie du mehr Besucher auf deiner Webseite bekommen kannst. Und auch dort gibt es wieder entsprechende Tipps. Dann haben wir hier einen Vergleich zwischen Digistore24 und CopCard. Und hier geht es dann zu den einzelnen Bereichen. Dann haben wir hier Tools zur Webseitenanalyse. Ja. Das ist wirklich wahr und wissenschaftlich erwiesen. Hier gibt es dann entsprechende Tipps. Und die sind dann auch nochmal hier beschrieben in einem PDF, was du dir auch dann herunterladen kannst. Ja. Und dann haben wir zum Schluss halt nochmal alle Bonis zusammengefasst. Wie du siehst, ist das hier eine Menge Stoff. Und hier gibt es dann halt noch eine Ressourcenliste, wo du dir entsprechende Tools entsprechend unterladen bzw. ansehen kannst. Alles in allem denke ich, eine gute Investition. Schau dir das an. Unter dem Video findest du den Link. Und ja, wenn dir mein Video hier gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Und lass mir ein Abo da. Und wenn du mehr davon haben willst, schreib einfach in den Kommentar. Und ich mach dann noch weitere Videos. Vielen Dank. Also abonniere den Kanal und die Glocke und ich freue mich, dich bald wieder zu sehen. Zum Schluss gibt es noch ein kleines Boni. Du kannst hier, wenn du dir die Webseite ansiehst, kommst du hier zu diesem Download. Und du kannst dir hier noch ein kostenloses Buch herunterladen. Zwei bis zwölf Schritte für Einstieg in Profi-Webseiten. Hier kannst du deine E-Mail-Adresse eingeben. Und du bekommst das Buch dann eben kostenlos. Du brauchst dann nur noch hier entsprechend diesen Download-Link zu klicken. Und kannst dir das auch wieder entsprechend in dein Verzeichnis laden. Und wenn du siehst, es sind eigentlich sehr interessante Tipps hier drin. Kann ich dir nur empfehlen. Also klick auf den Link unten und hol dir diesen Bonus. Die E-Mail-Adresse eingeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017